Trillimamba, in der Korpus in der 3. Liga, was bedeutet das für Sie? Das ist auch etwas Besonderes, was heute passiert ist. Wir haben das uns hart erarbeitet. Wir haben 24 Monate hart gearbeitet auf diesen Erfolg heute und es wurde dafür belohnt. Das war ein richtiges Nervenspiel gegen Flensburg. Wie hat sich das auf dem Platz angefühlt? Heute auf jeden Fall war das sensationell. Vor 20.000 Zuschauern, das wünscht man sich, dafür spielt man Fußball. Und das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich weiß nicht, ich habe keine verärztete Worte dafür. Das ist einfach ein sehr sensationeller Tag heute. Jetzt geht es in die 3. Liga, worauf freuen Sie sich da? Ich freue mich auf die Liga, auf das Publikum, auf die Spiele. Sie bleiben im Korpus, ja? Das ist eine Frage, die kann ich nicht beantworten. Ich will ja heute erstmal feiern und dann werden wir sehen, was passiert. Viel Spaß beim Feiern. Danke, danke, danke.